So Freunde, wir fangen jetzt an. Der Emilio erklärt euch heute, was wir machen. Wir machen heute nämlich Kraftausdauer, hast du gesagt? Genau, ein kleiner Kraftzirkel, Zirkeltraining, Kraftausdauertraining. Auch ein wichtiger Bestandteil des Boxens bzw. des Boxtrainings. Machen wir so ein bisschen was für Schlagkraft, Kurzhanteln, Medizinball. 30-40 Sekunden Arbeit, 20-30 Sekunden Pause. Ich glaube, Midi freut sich. Extrem, ich habe richtig Bock. Ich habe wenig gepennt, bin K.O., also beste Voraussetzungen heute. So, let's go. 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause, gell? Yes. Komm, 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 komm. Zwei, und zwei. Vier, 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 komm, weiter, 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 weiter. Drei hast du noch, drei hast du noch. Von einen Kameras hat unsere heute das herbsteste Training auf dem. So, hä? Ja. Ganz easy, laufen einmal vorne zurück. Das ist. Gut, ganz. All klar. Vor Position. Jump. Tief runter gehen, ja? Zack. Genau. Zack. Zack. Zudrehen. Von der Seite. Genau, genau. Das Bein vorwärts. Kurz hoch, hoch, runter, hoch. Okay? Lass du so, das ist gut. Ja. Das ist natürlich leicht. Step in. Genau. Gut, halt ruhig, ein bisschen langsamer, ein bisschen konzentriert. Genau, das ist für diesen Stretch kurz halten und wieder hocken. Genau. Also, das ist die nächste. Laterale. Das heißt, du bist hier. Ja. Einige. Einige. Okay. Und zieh. Und zieh. Drei. Und zu. Andere Seite. Genau. Das ist die nächste. Ja. Und zu. Andere Seite. und zu. Und so. Worte. Machen heute ein bisschen Ein, zwei, vier ... Und hier auch wieder Stretch in deiner Hüfte und in deinenhdingsstücken. In deiner Beistung. Die sind so tief. Ja, so tief ist. Tippe, guck. Zack. Das ist ein ganz streitchen. Schau. Ja, tippe, 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 tippe. Und dann. Fisch. Und komm. Das ist der letzte. Ich schwör das, ja. Das ist ein Finisher für mich. Das finden wir ja. Komm, weiter, weiter, weiter. Schau. Jawohl. Und laufen, 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 laufen. Die Scheiße. Das ist geil. Ich mache jetzt einen Zirkel. Intervall. 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause, gell? Ohne mal ein Wechsel mit den Übungen. Ich weiß nicht, was für Übungen. Lass mich einfach überraschen. Das Ding ist, ich merke richtig, dass ich zweieinhalb, drei Jahre gar keinen Sport gemacht habe. Ich merke die letzten Tage. Vor zwei Tagen hatten wir Boxtraining. Gestern habe ich ein bisschen Kraft gemacht mit Klimmzüge, Leakschütze. Bisschen Arme. Und ich merke dadurch, dass ich Intervallfasten mache, plus keine Kohlenhydrate, plus noch der Sport. Dass es auf den Körper richtig rauf geht. Aber das ist geil. Das ist zwar anstrengend, aber ich merke, dass der Körper was merkt, dass da was abgeht. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt trainieren wir jetzt das. Also diese Beine und Arme, Koordination und Exklusivität. Kommst hoch. Auf die Zehenspitze. Runter. Fängst den hier. Hush. Okay? Slap. Fangen. Hush. Okay? Slap. Hush. Nächste. Die Stehenspitze. Das ist eigentlich so, wie zwei. Du stehst hier. Deine Hand ist, die kannst du auch in die Hand achten. Ja. Kommst hoch. Stößt dich mit dem Ball weg, ja? Pump! Okay. Runter. Ball rein drücken. Push. Genau. Gehst du da rüber. Ja. Hier rüber. Dann Seilsprung. Wir machen 40 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause. Erst den Slam mit dem Ball, dann High Knees. Slams und Pushes. Dann hier unten mit den zwei Scheiben. Die seht ihr gerade nicht. Dann Seinspring und zum Schluss noch mal die Ropes. 40 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause. Dreimal. 40 Aktiv, 20 Sekunden. Dann wechseln. Und 3. Genau. Pushen, genau. Solieren. Boom. Explosiv. Jawohl. 2, 2, 3. Wechsel, Joko. Knie hoch, ja. Und nimm die Arme mit. 3, 2, und Zeit. Komm. Großen. Jawohl. Augen. Genau. Pushen, 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 pushen. Höher. Höher, 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 höher. Jawohl. Das ist es. Komm, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Hälfte ist geschafft. 3, 2, Zeit. Boah. Und Zeit. Komm. Jetzt alles drauf. Genau. Aber guck mal, wechseln. Ba, ba. Ba, ba. Ba, ba. Das ist ein Side-Stack. Genau. Ba, ba. Ja. Das ist aber Kappa erstmal dran. Versuch nur die Beine rein zu bieten. Aber ich bin immer mit zweit drauf, ne? Ne, immer eine andere. Versteht. Zack. Hier. Ba, ba. Genau. Ba, ba. Ja. Ba, ba. Das ist aber Kappa. Ja. Ohne Rotation. Anno. Du rotierst aus der Hüfte raus. Merkst du? Ja. Step mal seitlich. Seitlich Step sein. Genau. Ba. Jawohl. Nicht nach hinten zur Seite, zur Seite. Hier. Ja. Hier. Boom. Boom. Ja. Und komm. Noch drei. Zwei. Und Zeit. Und weg. Drei. Zwei. Und weg. Vorher bisschen mehr. Und weg. Und weg. Schuhe. Schuhe. Easy. Das ist mein Tempo. Komm, 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 komm. Tempo. Tempo. Schuhe. Zwei. Und Zeit. Drei. Zwei. Und Zeit. Drei. Zwei. Und los. Zwei. Ja, Mann. Ja. Okay. Tja. Wie soll ich das jetzt mal schaffen? Schaust du. Schaust du. Schaust du. Arbeite schlau. Schaust du. 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 Einz. Zwei. Jawohl! Schaust du esaf子. Ich probiere mal Wechseln. A-k-k-k-k-k-k-k-k. M-k-k-k-k-k-k-k-k-k. Komm weiter, fünfte Funde. Drehen. Genau, komm, drehen. Drei. Komm weiter, 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 weiter. Zwei. Und Zeit. Und Time. Let's go. Easy weiterspringen, easy weiterspringen. Jetzt push dich nochmal, ein halbes Mal. Let's go, komm. Und komm, feuer. Easy weiter, genau. Komm, kämpfen, 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 kämpfen. Zehn Sekunden, komm. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Ich komm. Boah. Eine Runde. Eine Runde. Ne, ich kann nicht mehr. Yes guys, komm. Ich schwöre. Wenn ihr wüsstet, Digger. Boah, Bruder. Das mit den Knien. Halt hoch. Neck exklusiv, komm. Neck exklusiv. Wart. Ja. 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 Schau. Lieber weniger Raps machen, aber noch nicht intensiv, ja? Komm. Push. Vier. Drei. Zwei. Und jetzt. Zeit. Zeit. Komm, schaffst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du. Komm. Euer Knie hoch. In drei. Zwei. Und fünf. Komm. Ja. Bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Zieh. Zieh besser, lass dich nicht ziehen. 15. Komm, bleib, 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 bleib. Komm. Du schaffst das. Du darfst nicht in deinem Kopf sagen, dass du es nicht schaffst. Ja? Zwei. Und noch. Feuer, 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 Feuer. Letzten 40. Letzten 40, dann bist du doch. Komm, weiter, 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 weiter. Vier. Drei. Zwei. Zeit. Huff. Hast du gut gemacht. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Schöne. Ja. Drei Minuten Belastung. Ja. Du hast 40 Sekunden Belastung. Ganz klein. Weißt du? Das ausfällt, diese Intervalle. Du fährst hoch, du bist schnell. Weißt du, du bist schnell, du fährst hoch und dann bist du wieder locker. Dann bist du wieder locker. Die Generation. Das war eigentlich nur Show. Ich fand es eigentlich voll entspannt. Ich mein, auch ein bisschen Fitness-Training für mich, wenn er weg ist. War doch entspannt. Das ist hier alles von mit Kameras. Bitte? Da wird gefilmt. Alles von mit Kameras kannst du mir da drüben zeigen. Die sind da irgendwie für ZDF oder so. Dabei ist hier das wahre. Aber naja. Von einen Kameras hat unsere heute das härteste Training aufgenommen. So. Hä? Meinst du ein bisschen Bauch? Und Stretching? Dann sind wir durch. Ich bin so totgeschwitzt. Ist geistkrank. Bereit? Ja. 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 Hier ist die Hand. Ja. Jawohl. Mach fünf. Fünf. Komm. Vier. Jawohl. Drei. Komm weiter, 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 weiter. Und. Jawohl. Komm. Halten, 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 halten. Noch einen, noch einen hast du noch. Und letzte. Achso. Jawohl. Siehst du, auf einmal macht er zwei. Das geht schon, wenn man das will. Aber das ist gut, das ist gut so. Man muss den Schwein nur überwinden. Dafür kommst du her, dafür machst du Spaß. Und ohne das geht's nicht. Am Anfang ist es immer schwer, aber wenn man das überwunden hat, dann machst du davon hundert Dinge. Ich weiß es noch, bei mir war das Ganze am Anfang so. Du hast dann angefangen zu blowen, die haben schon gut gescheppert. Am Sandsack hast du gegen Anfänger irgendwie was gemacht, dann kam mal einer, der ein paar Wettkämpfe hat und so, und der hat sich komplett losgeschleppt. Komplett mit Hände runden, weißt du? Das ist einfach so ein bisschen showend. Genau, genau, genau. Und da hast du richtige Bomben gekriegt. Machen wir noch einmal einen Planko. So, starten. Auf Plank. Gucken wir mal, wie lange ich die schocken. Und Time. Genau, halt, halt. Halten, 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 halten. Ganz schön, ganz schön. 20, fast schon. Halten, 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 halten. Komm, 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 komm. Halt oben. Fünf, halte. Vier, vier, vier. Komm, weiter, 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 weiter. Immer weiter, drei hast du noch, drei hast du noch, halten, oben halten, oben halten, immer weitermachen, egal. Drei, zwei und Zeit. Stabil.